Wappkett..... Willkommen zur Zwischenzeit auf wackern.... Breakfast Scharfe Rechtskurve 25 da hinten werden Ja o Gott hier kommt die Linkskurve Graue 3 Plätze gut gemacht Scharfe Linkskurve Was hat Bram denn für eine Karre da? oh nein T-Tasse, Ferrarad an Rattuelle, sagst du? Was ist denn da passiert? Oh, nein! Oh! Hey! Scheiße, ey! Ihr Idioten! Vielleicht nachfahren alle wieder wie der letzte Henker hier. Ach, das ist wieder die Kurve, die man vergisst. Oh Gott, die kommt jetzt. Warum fährt der Bug da nicht? Weniger als manchmal mehr. Alter, Happy, warum bremst du denn da so krass? Oh, scheiße, die Ebenenspinne zieht sich. Alter, was war das denn für eine fiese Kurve? Ach, Zimt. Als ob mich Zimt überholt hat. Da haben wir Peter mal weggesnackt. Ich habe sie davon überholt und ich habe sie davon rausgeschmissen. Oh Gott. Was, wir überrunden gleich schon ein? Was ist denn hier los? Hau mal in einer langen AFK. Bram, deine Karre ist voll schnell. Na, das ist 300 noch was. Da fällt dir nicht so viel aus, wa? Oh Gott. Seit wann ist das smart? Bram hat ja wirklich hier voll die crazy Nudel. Aber echt? Ich glaube, dir muss ich aber mal hinten seinen Flügel abnehmen. Ja, davon muss ich erst mal rankommen, ne? Welcher Platz bist du, Sepp? Ich bin Dritter. Ja, Bram, seine Karre ist offroad ganz gut. Oh, das war jetzt aber. Das war mehr als genug, um weg von dir zu kommen, meinst du? Ja, weiß ich auch nicht. Wieso bist du immer noch so weit weg? Sepp, du musst gut fahren. Grip des Todes hat die Sau. Ja, meine Karre kommt immer. Oh Gott. Wann wollen wir da kommen? Das ist mega. Oh, Boss. Da haben wir den ersten getroffen. Yo, das war gut. Oh, sch... Da kommt noch einer. Was ist denn da los, Christian? What the fuck? Was ist denn da los? Du bist auf mir getanzt. Ich bin in dir gespawnt quasi. Oh, Captain Drake haben wir kaputt gemacht. Seit wann fällt Christian denn andersrum? Ja, ich war 14. Oder so, hab mir gedacht, was soll der Scheiß? Was soll der Geiz? Alter, ich fahr aber auch gerade. Ja, Bram, führ deswegen. Wie kacke. Ja, den fand ich super nett. Ja, ich fühl doch nicht so gut. Ich führ den auch nicht so gut hier, muss ich sagen. Guck mal, Sip noch schnell überholt. Das ist Christian schon wieder, ey. Okay, da kam gar ein Bus entgegen. So, mal hier ein bisschen von der Wecke... Weckefegen. Oh, oh. Aufs Bus. BAM! Haha, demoliert! Jetzt hab ich leider keinen Hack-Spoiler mehr. Der Bus liegt. Der Bus ist müde. Wo ist denn der Bus? Find ich die gleich. Oh, da sind ganz schön viele Leute, aber sehr low. Oh, ja, ich zum Beispiel. Oh, da hab ich nicht gekriegt, Gott sei Dank. Oh Gott, da kommt der Bus, da kommt der Bus, da kommt der Bus! Achso, ihr habt doch einen Bus, der normal mitfährt, fährt gerade auf. Echt? Echt? Okay. Ich hatte gerade, dass der Bus, der mitgegengekommen ist. So, ne, duftzitter. Hahaha, haben wir die Sau weggemacht hier, Ebel. Ebel, Kai Ebel ist bei mir. Oh shit, ich hab auf die Map geguckt! Neeeeein! Oh, da ist der Bus. Oh, Peter, da ist jetzt aber nicht so viel Leben. Du hast einfach auf die Map geguckt, nix mehr gemacht, oder was? Ich war zweiter, ich tschuldige. Oh, Mann! Achso, es gibt noch ne Runde. Pfff! Bin da stehen geblieben, da. Bin da rechts? Ja! Ich hab meine Leiche, oh. Weil da in der Kurve bin ich auch gestorben. Ich brenne. Ja, du hast doch nur noch zwölf Leben, also. Ja, wer ist hinter mir? Captain Saltbite. Captain Saltbite, okay. Wo ist der Captain Saltbite? Das war der Bus, Alter. Okay, Captain Saltbite ist noch bei 65 Prozent, also. Der kann sich da der Laub da einmal reinzulgern. Das ist nicht gut für dich. Okay. Jetzt in den Arsch bekommen, Arsch. Oh, fuck. Du hast dich voll angestuppst. Ja, ich dachte eigentlich, ich war da nicht richtig happy, aber. Faun dein Leben, Happy. Der hat gut gebraucht. Peter, 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 Peter. Easy Snack. Ja, absolut. Erster. Nice, Bram. Oh, der Bus ist ja tot, tot, tot. Okay. Okay, Peter, Peter, ja. Ja, machst du easy pass. Treppchen ist mein! Nein, jetzt übersteig ich mich noch! Au, Teetasse. Wollte mich wegrammen, die ist der auch. Guck mal, Happy ist aber Top Ten. Sehr gut, Happy. Ich bin auch noch Top Ten hier mit brennendem Auto. Gleich. Aufregend. Oh, Rackfest ist immer wieder gut, muss ich sagen. Runde zwei. Oh, der klingt interessant, ja. Ah, Black Race. Boah, ich hab immer noch durchdrehende Räder im dritten Garten. Nee, zweit. Oh, nee, nicht den Bus. Oh, Gott, nicht den Bus. Oh, Gott. Oh, nee. Ich hab jetzt schon keinen Rückweg ins Meer. Oh, nein, der geht ja gar nicht rum. Oh, Gott. Leute, hier rechts vorbeifahren. Der hält nix aus, der Wagen, Peter. Hab ich dir gesagt. Ach, nee. Machst du einen kleinen Schmankerl oder ist der tot? Du musst schon vorne wegfahren, Peter. Du musst schon vorne wegfahren, ja. Äh, hat nicht geklappt. Jetzt war es das ganz schnell. Nee, der tot bin ich zum Glück noch nicht. Peter hat doch 80 Prozent hier. Ach, du blöder Bus. Oh, die fährt sich wie auf Schienen, ey. Was soll denn das? Haventex, mach mal, mach mal Abgang. Easy money, snipen wir. Mach mal Abgang, ja. Geil, er kämpft von uns da vorne. Bremsen ist auch nicht so. Der Bus wollte mich bumsen, aber so nicht. Mach jetzt den Cookie hier weg. Ach, steht Peter auf unserem. Da fehlt der Heckspoiler. Okay, der ist geil. Hä, das fehlt gar nicht der Heckspoiler. Jawohl. Ich seh den Heckspoiler bei dir. Ich hab den bei mir abgefahren. Hä? Aber gar keinen Sinn. Oh, Gott. Weiter, weiter, weiter. Ach, ich bin schon wieder erster. Was ist da los? Keine Ahnung, wie der das macht. Ich probiere gerade so ein paar Autos durch. Der hat aber nur 280. Aber der hat ja für Kurvengeschwindigkeit. Ach, Peter, wie du die alle überholst hast hier. 8,9 oder so. Das ist voll, voll das strange Fahrgefühl. Wenn der nach links lenkt, dann ist der einfach schon links. Ja, ist voll krass. Du kannst einfach so mit Fahrtgas durch die Kurve fahren. Aber dafür kommst du selten mal über 140. Er wohnt hier auf der Strecke eh schwierig. Warum? Oh, da voll ist Crash. Yes. Oh ja, da wurde einer richtig weggewumms. Tee, Tee, Tee. Ach, Cookie, was ist los mit dir? Als ob es das jetzt gebracht hat. Oh, Mann, ey, weißt du? Ich hab einfach so einen Bus auf mich zu, schon wieder. Immer diese Mods, ne? Die fühlen sich halt sicher. Oh, oh. Ja, muss er einfach fahren. Ich glaub auch. Nein, Christian hat echt ganz geil. Ist doch der gleiche Wagen, den Brammen gerade fährt. Nein! Ja, das ist die richtige Antwort, Peter. Das ist aber belastend. Wo kam denn jetzt der Bus her, Alter? Wurde der Bus weggebummst. Und was ist Peter wieder? Weiter, weiter, weiter. Ich hab doch nicht so viel auf ihn verloren. Alter, jetzt geht doch mal um die Kurve, du scheiß Auto. Alter, der gefällt mir richtig hier. Wie der Tee weggeflogen ist. Geil. Tut mir ein bisschen leid hier. Also ganz ehrlich, so ein Auto zu fahren mit neuen Kurvengeschwindigkeiten ist schon fast, ne? Wie er dich wegficken wollte, Peter. Ja, ich bin... Der blöde Kackbus ist ein Kackbus. Ich habe gerade einen anderen Bus frontal gecrashed, da haben wir 35 Damage gekriegt. Ich habe eigentlich gar kein Leben. Schaffe links Kurve. Die haben einige vergessen. Was war das denn? Wir haben sich ja alle zurückgesetzt. Oh, nice. Komm, eine Runde noch. Shit! Nee, Bus machen wir nicht. Ich habe... Hat aufgesammelt. Wieso ist Peter hier zu weit vorne? Mach den mal weg da vorne. Dieser Kackdrecksbus! Oh mein Gott, sah das geil aus! Wie war's, Peter? Das warst du, ne? Nein, das war ich nicht. Hä? Ich hatte damit nichts zu tun. Nee, aber bist du da nicht durch die Luft geflogen? Nee, du fährst da vorne. Nee. Alter, die zwei, die da durch die Luft geflogen sind, wie geil war das denn? Oh, guck ich mit dir. Oh, da kommt einer entgegen. Sonnewindel offen. Ja. Oh, was? Ach Gott, f*** dich, ey. Guck ich, du bist so dran. Das ist ein Krippwein. Nö, 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 nö. Krieg mal Kripp da oben. Ach komm, Sars! Ah, letzte. Ach. Reinhard! Boop! Boop! Da schwert Christian, aber an den komm ich glaub ich nicht mehr ran. Ach, der ist Happy? Da wird doch vorm Ziel bestimmt wieder Bus stehen. Oh, der steht hinter der Ziellinie. Nee, der steht hinterher. Nice. Guck mal, da hab ich fünfzehn Plätze gut gemacht. Das ist ein gutes Auto. Oh, nice! Bim! Also war ja auch easy, vor Cookie wiederzukommen nach seiner reudigen Aktion hier. Kein Treppchen. Happy, wieso bremsen du? Weißt du, der eine Match? Die Reiden-RS, okay. Aber die Kuchen fand ich die nicht so stark. Ei, ei, ei. Das ist das alte Kamera dann auf jeden Fall, das 98er oder so. Wobei, das sieht eher nach 94 aus. Wie geil! Oh nein. Das ist eine richtig harte Linkskurve. Oh ja, oh ja! Oh, nicht gut! Okay, ich bin richtig gewusst. Na gut. Oh Gott! Geil, letzter! Ey, wieso fahre ich denn jetzt rückwärts? Was soll das denn? Scheiße. Oh Gott, ich bin über Rot gefahren. Ich bin schlechter Mensch. Hier stehen einfach Autos auf der Strecke. Ja, wir parken hier! Geil. Oh, der Grafikstil, der hat wirklich was. Das, das können auch... Das ist wirklich... Ach, komm! Wir waren eins, zwei! Warum wirfst du das weg? Wer war denn da? Oh Gott. Oh nein, Christian! Das ist eine Ecke, wo wir nicht drüber fahren können! Oh Gott! Oh... Ich kann mich nicht zurücksetzen. Ich auch nicht. Ich werde nur gefickt. Holy Shit! Was war das denn? Ach das. Okay. Also, das ist die Strecke von Carmageddon 1. Was wir natürlich alle nicht gespielt haben. Warum lacht denn da so einen Piloten? Ich habe noch so einen riesigen System. Geil! Oh Gott! Oh Gott! Geil, da kommen eben sogar Autos entgegen. Die Strecke ist dann alles. Die Strecke ist wirklich gut. Ah, guck an! Ja, ich war zu schnell. Peter ist erster. Mein Auto hört doch einfach nicht auf zu übersteuern. Ja, der Reign ist schon geil. Oh no. Oh no! Da kommt doch auf einmal quer über die Strecke rückwärts ein Bus gefahren. Ich weiß nicht, ob wir das 5 Runden hier überleben alle so. Also ich wahrscheinlich nicht. Take a vacation? Das ist doch noch die Hälfte. Oh Gott! Oh, da war der Bus. Ich war gerade take a vacation. Ich war gerade hier im Feeling Rundown. Ich wollte gerade sagen, du hast doch nur die Hälfte an Leben. Du bist doch alles okay in dem. Ich habe in die Zukunft geblickt. Ich habe in die Zukunft geblickt. Fittischer Schaden, ja. Ich glaube, bei mir brennt ein bisschen. Die Strecke ist witzig. Absolut. Oh Gott! Bram wieder so krass. Nee, Peter ist erster. Nee, Peter ist erster. Bram ist gerade 10 da. Alter, dieser... Oh mein Gott! Ich hasse den Bus! Er ist nicht mein erster. Nee. Aber die Kante kommt noch nicht drüber. Abelboyer Gangster ist jetzt erster. Was sind denn überhaupt verampeln hier? Ist das ein Spiel in der Zukunft gewesen? Ja. Ja. In so einer... Hier im Mad Max. Ja, so einer fetten Dystopie. Oh, jetzt kommen die Jungs zum Zell entgegen. Oh, wo kommt denn der Bus hier von der Seite? Ja, der war... Hey, was war das denn jetzt? Der war ja übelst verwirrt. Meister Dennis Mann, dankeschön fürs Vorbeilassen. Oh nein. Oh nein. Vielleicht. Oh nein! Alter! Und ich fahr natürlich genau gegen den Bus. Ja. Und ich bin gegen... Alter, der Bus ist betrunken, Junge! Da hat fast der Bus übrig gelassen, hab ich gegengefahren. Es haben nur zwei Leben. Oh nein. In Runde zwei. Oh mein Gott, hä? Warte mal. Warte mal. Ich glaub, es gibt zwei Busse. Ja, es gibt zwei Busse dabei. Nein! Nein! Oh, jetzt hab ich noch drei Leben. Also ich dachte... Früher bremsen. Oh Gott. Ich glaub, das überlebe ich nicht die nächste Runde. Die Runden sind ja ewig. Wie parken die Leute hier überhaupt? Ja, die Runden sind wirklich lang. Hat ich... Oh Gott. Hat ich nicht gesehen. Da kommt einfach so ein Bus angeflogen. Bumm. Wie die armen parkenden Autos hier weggerammt werden. Ich hab mich grad jemand in Wasser geworfen, aus Versehen. Oh, bist du ein Arsch. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da freut sich der Motor. Da ist mehr Kühlung im Wasser. Also mein Motorraum brennt. Ich könnte das vielleicht gebrauchen, Peter. Magst du das mal mit mir machen? Da kommen nämlich immer Flammen aus meinem Motorraum. Gott. Ich krieg keinen Grip auf dem Gras. Grün, wie auch immer. Bitte tötet mich jetzt hier nicht. Da kommen doch jetzt die Leute entgegen. Alter, ja. Ja, aber die fahren alle rechts rum. Immer schön rechts fahren, Leute. Wenn ich sterbe, ist alles gut. Okay. Alter, dafür hat der so eine hohe Kurvengeschwindigkeit. Dann komm ich nicht um die Kurve. Das gibt den doch nicht. Bus. Wer ist denn dieser kleine Japaner hier? Wie geil ist das denn? Ja. Knopperbelastend. Okay, du mieses. Hat er dich weggerammt? Jo, ich hab's gesehen. Das hätte man besser machen können. Oh nein, eben eine Spinne. Oh, das wäre... Oh Gott. Oh Gott. T-Tasse. Hier kann man cutten? Hä, was? Nein. Das ist ja gerade gecuttet. Kann man nicht. Aber ich möchte die Runde nicht überleben. Fahrfehler. Oh, da war ich zu schnell. Ich geh nicht davon aus, dass ich dieses Rennen dehnt werde. Ich versuchte zwei HP. Ja. Ich find's auch krass. Die Beschränke ist so lang. Ja, also wenn ich da jetzt an die Kurve angebremst hätte, waren zwei Leute direkt hinter mir. Okay, die müssen mich nur berühren und mich tot. Die haben schon drauf gelauert. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Nein, 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 nein! 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 Ich bin da gerade voll in den Fluss gedroppt. Ja. Ah, das war nicht gut. Nein! Kurve! Oh Gott. Tu nicht! Stehen da oben die Zeiten von den echten Leuten? Das wäre ziemlich cool. Find ich auch. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Wo ist Sepp? Tot. Ah. Schon sehr lange bei mir wieder. Schon sehr lange. Okay, alles klar. Hier, wenn ich stiller fahre, dann... Weiter, weiter, weiter. Ist noch nicht vorbei hier. Kann doch alles passieren. Oh Gott. Passieren? Jetzt kann doch alles drapieren. Ich darf die Wand nicht berühren. Nee. Du darfst nichts berühren mehr. Seitdem du immer noch leerst, finde ich einen auch geil. Mit zwei HP, Junge. Läuft! Ich hab noch eins. Oh nein! Boah, ausgewicht. Ich muss aber sagen, die Leute sind doch fairer als ich dachte. Ich hab sogar mal zwöl geholt. Ja, finde ich gerade auch. Oh nein, da ist ein riesen Crash und ich muss jetzt hier um die Kurve. Okay. Wo ist ein Startziel eigentlich? Hier! Ah ne, da wo du ganz, ganz viel Gas gibst. Ja, ich hab gewonnen! Yes! So nice. So nice! Hey, Auno, was ist denn da? Wo ist denn der Grip? Oh mein Gott! Komm schon! Ja, Skiben! Ich hab das überlebt! Jawohl, nice! Jawohl! Alter Vater, ey! Ich glaub ich überlebt, oder? Ja, da vorne ist das Startziel. Ja, sieht gut aus. Krass, hätt ich nicht gedacht. Dann war fair! Haben ja alle überlebt, haben fast alle überlebt. Oh nice! Haben wir... Ja, dann sind wir jetzt alle durch, oder? Ja, das war richtig, richtig smarkelig. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir haben heute ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und rein bei Breakfast. Tschüss! 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 Tschüss!